Wir alle sind, glaube ich, Meister der Ablenkung. Wir lenken uns mit irgendwelchen Dingen ab und rechtfertigen dann auch noch, warum das gut ist und richtig ist, dass wir das tun. Das ist vielleicht auch zum gewissen Grad dienlich, um uns abzulenken oder auch von Emotionen abzulenken. Aber die Frage ist, ob diese Ablenkung dich wirklich, wirklich weiterbringt. Bist du dadurch entspannter, zufriedener, ausgeglichener? Fühlst du dich dadurch wirklich besser durch die Form von Ablenkung, die du dir jeden Tag gibst? Oder ist es, ehrlich gesagt, vielleicht eher eine Art von Flucht?